Mühlacker braucht einen Oberbürgermeister mit emotionaler Nähe zu seiner Stadt, der sich für seine Stadt einsetzen möchte, der auch weiß, das was er tut, wird nachhaltig bleiben, denn er möchte ja auch im Alter noch in Mühlacker leben und mit dem leben, was er vorher getan hat. Mühlacker voranzubringen ist ein großes Anliegen von mir. Ich bin hier in vielen Vereinen und engagiere mich bereits seit Jahren für meine Heimatstadt. Als Oberbürgermeister, denke ich, kann ich noch mehr für Mühlacker tun und möchte auch mehr für Mühlacker tun. Durch meine fünfjährige Tätigkeit als Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender kenne ich auch die Nöte und die Probleme unserer Stadt und weiß auch, wie sie gelöst werden können. Ich denke, mit ausreichendem und wirklichem Engagement kann man Mühlacker weiter nach vorne bringen. Ich will Mühlacker einnehmen. Wкие zentags Die Nöte und Frieden Untertitelung des ZDF, 2020